Welcome back beim gepflegten Cowboy-Spiel hier, mit dem Gramer-Fan und mit dem Adwa. Ich hatte ja aufgehört, im Camp da selbst zu kochen. Und das hat ja alles nicht geklappt, weil ich das eigentlich in den Wildnissen machen wollte. Jetzt habe ich es im Camp gemacht, jetzt habe ich mich noch mal ein paar Stunden ins Ohr gelegt, jetzt haben wir Mittag. Jetzt mache ich mir erst mal mein Bad da ab, weil sich mal rasiert. So babbelt wieder irgendjemand im Hintergrund. So, und jetzt ist die große Frage. So, ich hatte euch noch drum gebetet, fällt mir gerade ein. Ich kann ja irgendwann mal einen Namen für mein Pferd vergeben. Könnt ihr mir doch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da im Gedanke habt, wie ich da mein Pferdchen nennen soll. So, im Camp gibt es auch immerhin noch mal so Aufgaben zu erledigen. Das sieht man an denen, schwarze Punkte. Je mehr man von denen erledigt, umso beliebter wird man unter den Leuten. So, jetzt muss ich den bei dir. Genau, Ehre und Charakterwerte verbessern, indem du alltägliche Aufgabe im Camp erledigst. Das sind dann hier zum Beispiel so ein Sackdortrag. Ich gehe mal einen Schritt schneller. Jetzt muss ich den beim Pearson irgendwo ablegen. So, wir haben auch schon Mittag, aber der Eintopf wird gerade erst noch zubereitet. Ist klar. Was ist denn wirklich? Dann gibt es nichts. So, und hier ist dann so ein Punkt erreicht, wo ich den ablegen kann. Dann gibt es hier, glaube ich, noch irgendwo so eine Holz-Aktion. Hello, Arte. Genau, das ist hier bei Straussi. Jetzt können wir ja gerade noch ein Wort durch exerzieren. Okay, ich bin ein bisschen ungünstig hier, ne? Da muss man immer die linke Maus das... Oh, zack. Jawohl, Rado hat... ...Mordschlachthof mit der Axt. Dauert immer ein bisschen, dauert, dauert immer ein bisschen lang, bis der seine Axt aus dem Holzstamm gezogen hat und das Kletzli aufgehoben hat. Aber wir haben ja auch hier eine wunderschöne Aussicht im Hintergrund. Na, der will er nicht so, doch jetzt. Ja, also das ist schon eine ganz tolle Spiellandschaft, was die hier geschaffen haben. Das haben wir echt eine Menge. Und dann noch Open World, also... Ich kann nur durch Reite laufen. Uns passiert auch immer noch was. Tiere laufen da rum. Ist schon schön gemacht. Schöne Spiel. Gibt es schon ewig anscheinend. Ich habe es wieder verpennt. Weil ich ewig mit dem Landwirtschaftssimulator da rumgespielt habe. Und so gute acht Jahre später habe ich es dann jetzt entdeckt für mich. Naja. Grama-Fan war schon immer ein bisschen Spätsünder. Ist egal. Ich habe nur Spaß dran. Ich nehme das hier auf. Ich zeige das euch. Und wie gesagt, wenn da auch von euch einer Spaß hat, vielleicht sieht man sich auch irgendwann mal online im Mehrspieler-Modus. Habe ich zwar jetzt für mich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber demnächst dann auch immer tun. Da, jetzt schleppe ich noch so ein Heuballe zur Futterstelle. Sieht eigentlich für den NS-Würde gepflegter NS-Spieler. Sieht es aus wie ein Strohball. Aber hier ist es halt ein Heuballe. So, den kann ich dann hier auch irgendwo ablegen. Das mache ich immer. Und dann hätte ich gesagt, ich habe jetzt immer so ziemlich alle Camp-Aufgaben erledigt. Ich stöze mich immer. Ich horche mal, was der Onkel hier so von mir will. Mal gucken, was der so... Ich wünsche mir das noch mehr Camp-Aufgaben. Oh, oh, oh! Wichtig nicht, dass du dich selbst aufhörst da, Onkel. Ich dachte. Ja, das schaue gut? Oh, insofern. Also, während die resten von uns beschäftigen, stehlen, töten, lieben, kämpfing um zu überleben, du kannst du all den Tag denken. Ja, das ist ein wunderschön, wo wir leben in, Arthur Morgan. Du willst in die Stadt gehen? Wir sehen, ob wir ein anderes finden können. Ja, sicher. Ich habe ein paar Ereignisse zu gehen. Great. Geh, die Horsen sind bereit. Wenn du den alten Mann in die Stadt gehst, kannst du uns auch? Warum? Was hast du geplant? Nichts. Wir finden etwas für dich alle zwei. Wir immer machen. Wir sind aus unserer Minden. Wir haben hier zwei Wochen geblieben. Karen ist bereit, um Grimshaw zu töten. Kann Miss Grimshaw dich sparen? Kann Miss Grimshaw dich sparen? Was ist passiert, Arthur? Three young, healthy women, want you to take them a robin? You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. The ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Wie gesagt, wenn die sich da unter der Halle sind, ähm, versuche ich immer nicht dazwischen zu babbeln, dass ihr da ordentlich mithören oder auch lesen könnt, dass ihr, dass ich euch da nicht so störe. So, jetzt hab ich wieder hier AD-Lenkung. Komm, ich komm doch gleich irgendwo in Autobahn. Und dass ich wieder hier den Stein docken habe. Da hab ich jetzt schon mal ein Probe drum gemacht. Das ist ein Song. Oh, nein. Ah. I got a girl in Berryville Can't be screwed because she's too damn ill So I don't go down there no more Let me get out the screen for ya. I got a girl in Valentine Likes to drink that fancy wine Who in her hand was too key Carl's crack in her pants They pour it all So, links geht ihm und schreckt man auf. Look at that coach. He's all over the place. Ach, was denn jetzt wieder? Wie gesagt, keine Sekunde hoch. Oh, I got Lumbago. It's very serious. Ist klar. Alright, I'll see what's going on. Jo, der Ador macht's wieder mal. Guck mal, der Fugger. Wo ist denn der Vogel? Eikaa. No problem. Der Weiße da drüben. Na, wo ist denn der Zottel? Geh' ich wohl langsam auf den zu. Nicht, dass der abhaut. Wenn's grad sagen, ich stehe da im Busch. In der Suche kann ich ihn auch gleichzeitig noch. Ein Schreier ist das. Ich will schon wieder aufpassen, dass der mir nicht das dreht. Ist aber ganz schön groß, mein Liebermann. War's ein Gaul hier? Ja, du bist schon gut. Genau. So, jetzt bringe ich den Kugel-Dosei-Fädchen zurück. Immer schön langsam, wenn man so ein Riesentier an der Leyen hat. Keine Hektik. Wenn das Pferd einen noch nicht kennt, so dass wir noch nicht so ein Vertrauen zu einem gefasst. Guck mal, hier war's ein Riesen-Kerles. Guck mal, hier war's ein Riesen-Kerles. Wow. Naja, genau. ich hab die mädchen beeindruckt die haben wieder ein bisschen die sonnengesässer schön genau ab nach valentine du hast dich in der freundlichen alte feierliche die Mutter, Arthur was soll das sein? das bedeutet, du hast ein Herz vielleicht ein kleines Herz, die tief in den Kopf, aber ein echtes Herz? und du hast es, dein Pulsvolle Blizzard Blizzards haben Herz naja Arthur, ich bin stolz auf dich ehrlich gesagt, wenn du hier nicht gewesen wärst ich hätte wahrscheinlich ihn verabschiedet naja, du hast es gemacht wahrscheinlich ich hier nicht rausgekommen nein, natürlich nicht ich hätte mir auch so geholt so, dann fahren wir mal hier ins Städtchen, mal gucken was die Mädchen hier in dem Städtchen anstellen und der Onkel und ich was mir hier so zu tun gibt du denkst du, wir sollten Molly mit uns geholfen haben? oh nein, Frau O'Shea ist jetzt viel zu hoch und zu groß für uns oder für eine wirkliche Arbeit sie ist jetzt eine soziale Frau wir wollen sie noch ein bisschen ablästern über den Datsch seit Hande take a good look around, ladies let's see what we got here go left here, down the main street Jera's always on the right ja, der früge ist der Sheriff und der Doktor die Gunsmith ist hier links da ist wahrscheinlich noch irgendwo ein Bank hier ist natürlich ein Saloon hier drüben ist der General oder General Store und hier links ist das Hotel aber das zeige ich euch alles noch wenn es soweit ist so, wir gehen mal aus den Viehstuhl-Vogel so, jetzt sind wir doof so, jetzt sind wir doof so, jetzt sind wir doof mit Pleasure wir starten mit Saloon ok, just stay out of trouble und don't get your cells notice und Kratzare, das ist ja wieder ok, well we'll see at the General Store when you're done come on ladies imagine we're in Paris come on so, that's how you see yourself holen wir auf dem Onkel und die Dame wolle auch inkaufen in der Kremerlade so, jetzt sind wir so, jetzt sind wir als der One-Shot-Kid ok ich werde nicht fragen warum du bist schrecklich Arthur Morgan aber ich weiß, dass du mich liebst schrecklich du bist mein Parasite nein Ringworm ist mein Parasite du bist mein zweiter Parasite sehr lustig ich habe gedacht die Mädchen gehen in KW und mir gehen in KW ok also ich kann hier Sachen direkt aus dem Regal kaufe oder hier bei einem Ladebesitzer wenn ich ne Katalog durchblittern gut ich gucke mal was ich so zu verkaufen habe wenn ich schon mal hier bin Magenpitter den kann ich selbst erstelle verkaufe ich mal Zigarre brauche ich nicht werden verkauft ich brauche Geld Wundertolikum kann ich selbst erstelle Pferde Arznei Schlangeöl und normale Arznei jetzt hab ich dann doch einen Chin den bräuchte ich wieder für so ein Wurfding da zu machen gell so ein Molotow Cocktail Kentucky Bourbon verkaufe ich auch nur zwei das sind noch die gesalzene Innerei die wir da von dem Person gekriegt haben ich ess die nicht bäh so Kidney Bohnen hab ich jetzt genug gegessen Dosen Mais weg damit kirsiche noch immer Bohnen hat alles verkauft ich brauch Kohle das sind die Sache die ich beim Heeler verkaufen kann ja ich hab jetzt mein Pferd natürlich nicht dabei sonst könnte ich hier die Sache auch noch vielleicht bei ihm verkaufen das hier ohne war guter Brandy Gurama rum brauch ich nicht guter Brandy den soll ich mit ne Kitzige bringen hab ich gelesen dann lass ich ihn erstmal in die Tasche Schien den Tag die Wurf guter Brandy was soll ich jetzt mitnehmen egal ich behalte sie mal so gut bisschen Geld verdient durch nochmal schnelle Katalog durchblittern weil ich hab eben ich glaube gemerkt Jagd und Angel Zubehör ich könnte mal was gebrauchen Pfeile habe ich 16 Stück noch das reicht ähm der Kaffee Pergolator den wenn ich mir mal zu lehre und hier war eigentlich auch irgendwo dieser Grillspieß da Taschur ne ich hab Taschuren aus Goldem Segel brauchst du ein Kram hier nicht so jetzt hab ich noch einen 90 Dollar das hat hier wieder gepasst wie die Faust das Auge was soll ich denn jetzt hier machen irgendwas noch aus dem Regalkarfen oder wie gemahlener Kaffee betrachten untersuchen untersuchen gemahlener Kaffee wenn zubereitet füllt er die Kerne von Ausdauer und Deadeye etwas auf das ist wahrscheinlich jetzt weil ich mir diesen Kaffee Pergolator gekauft hat kostet Dollar passt perfekt jo trefft euch draußen mach ich doch glatt danke für den gemahlenen Kaffee dann steht doch ja schon ne Kaffee und die Zeit 1899 jo oh 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 here's to your good health sir and to being down here off that mountain absolutely it's a funny world you know this time in my career I pictured myself being married to an heiress okay okay Rain laden mit baggage und passen durch ein bisschen desertes Land am Nacht. Als es um die Dachs in Zeit für die Tides geht. In einem Ort called Scarlet Meadows. Ja, ich weiß es. Ja, ja, es ist gerade in der Neue Hanover. Ja, es ist wirklich kalt. Sounds gut. Wo ist Tilly und Karen? Ich denke, in der Hotel. Sie waren ein paar drunken Leute, die sie zu robben. Warum? Es war einfach. Sie haben schon lange geblieben. Ich denke, ich werde sehen, ob es irgendein Problem gibt. Da ist Tilly. Das sieht nicht ideal aus. Entschuldige mich. Du glaubst, ich würde dich nicht finden, Tilly. Du kannst gehen, Tilly. Du kannst gehen, Tilly. Du kannst gehen, Tilly. Aber, das hätte ich gesagt, das kommt in der nächsten Folge. Wie das da ausgeht, wie ich den Streit da schlichte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.